Ja, hey Leute, willkommen zu einem kleinen Update-Video. Ja, ich habe heute Geburtstag und ich möchte so als ein kleines Special so eine Montage machen. So eine Birthday-Montage. Ja, und also da kann jeder mitmachen, der will. Wer mitmachen will, der schreibt mich einfach an. Der kann mir dann die Clips per E-Mail oder... Ja, oder auf Facebook schicken, je nachdem. Und also ihr könnt mich einfach anschreiben, wenn ihr Lust habt. Jeder, also 1 bis 3 Clips ungefähr, so sollten es schon sein. Jetzt nicht 20 oder so weiter, aber 1 bis 3 Clips sollten es schon sein. Und ja, am 16.2. habe ich Geburtstag. Bis zum 14.2. sollten die Clips bei mir abgeliefert werden. Ja, und wer halt Lust hat, der schreibt mich an. Und dann reden wir dann über genaue Details. Ja, immer. Also wer halt Lust hat, der kann mich einschreiben. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschüss. Busen es K bis zum 14.4. ि